einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen bei freaky raff auf dem kanal heute mal ein bisschen anderes video ich stehe hier vor meiner filmsammlung nicht umsonst weil ich habe ein thema das habe ich ein bisschen vor mich her geschoben es geht darum ein format von längst vergessener zeit zumindest bei mir die dvd ich habe meine dvds so nach und nach abgegeben wo ich mir blu-rays angeschafft habe und die paar dvds ich denke mal das dürfen so 2300 sein oder so die so bei mir in vergessenheit geraten ist und das sind doch bestimmt auch noch ein paar schätzchen dabei habe ich gedacht und das thema was ich immer vor mich her geschoben habe ist die die katholosierung egal auf jeden fall das eintragen in die app in meinem pc in der emdb ist und gratis die erics movie database ist ein gratis programm damit kann man die archivieren die filme auf dem pc ich habe mir aber jetzt mein movie pro geholt auf dem smartphone und habe ich alles schon eingescannt ganz cool kann einscannen und dann ist es drin bis auf die dvds die sind da ganz oben ganz oben stehen auch solche special edition und dahinter sind die einfach nur dahin reingegrotzt und ich habe mir überlegt habe ich für meine schätzchen hier ein paar kisten da werde ich sortieren welche habe ich schon auf blu-ray und dann welche sind out of print oder seltene die werden natürlich dann in der sammlung bleiben und dann gucken wir mal ja wenn ich schaffe werde ich auch versuchen das bonus material zu vergleichen wenn das video nicht zu lang werden sollte das bonus material zum beispiel mit der blu-ray zu vergleichen weil eine dvd die ich dann doch auch auf blu-ray habe und das bonus material auf der dvd ist mehr dann versuche ich das dann auch oder dann werde ich auch behalten und wenn ich dann das zum beispiel media book habe dann habe ich hier auch trays dann durch vielleicht auch noch media book umbauen aber nicht in dem video das video mit den trays habe mir hier paar trays besorgt kommt auch noch wenn ich zeit habe bei meinem nächsten monats update werdet ihr wissen warum es gerade zu wenig videos kommt es ist ich habe mir den totalen zeitfresser dazu gelegt dass ich habe ich keine zeit filme zu gucken videos zum drehen geschweige denn zu bearbeiten zu schneiden hochzuladen aber heute habe ich mir die zeit genommen und mache jetzt das projekt hier dann nehme ich mir mal meine kleine trittleiter und geht da hoch und zeig euch den ganzen scheiß jetzt sind wir hier auf meiner couch ich habe jetzt hier vor mir meine ganzen dvds das sind auch ja schon einige und dann fangen wir mal an ich habe mir hier zwei kisten hingestellt eine für die besonderheiten und die andere für habe ich schon und dann lass uns mal anfangen zu sortieren ich muss auf mein handy holen moment dann tue ich gleich auch noch die filmes scannen was ich an der mymovies app so scheiße finde du startest du willst was einlesen und es tut immer synchronisieren und es tut lange synchronisieren bis man da überhaupt eintragen kann das finde ich ein bisschen scheiße das finde ich ein scheiße aber dann habe ich meine mymovies app dann auch jetzt komplett beziehungsweise meine film sammlung komplett in der app drin funktioniert schon ja es funktioniert der erste titel ist requiem ein ziemlich geiler firmen wie ich finde es fsk 18 war damals aus der videothek ist leider eine geschnittene geschnittene da habe ich hier gleich genau gut sortiert die r-rated aus australien und ich habe mir dann damals aus den zwei dingern eine komplette uncut gebastelt mit deutschen untertiteln bei den englischen stellen ich weiß gar nicht den gibt es glaube ich auch noch nicht auf blu ray wird auch mal zeit dass der mal an auf blu ray kommt definitiv den gibt es auf blu ray aber den habe ich noch nicht deswegen nehme ich noch eine dritte kiste mit gibt es auf blu ray und habe ich noch nicht dass die auch noch in der sammlung bleibt die opel die alte mgm die wie die frauen in ketten ein ein blaxploitation würde ich nicht sagen so ein knascht ausbruchsfilm apm queer und diese weiße protagonistin sind aneinander gefesselt die blieben zusammen sie ist glaube ich eine rebellin die weise und wenn wir dann da mitgeschleppt da noch ein altes programm heft drin kohl ja und es waren noch zeiten mit wo man keine flatschen hatte und wo man noch einen schönen imprint zum teil drin hatte das waren noch zeiten wo man keinen winter cover gebraucht hat auf jeden fall vor den ketten kann man von ufdb dreamworks glaube ich raus den gibt es glaube ich auch schon auf blu ray habe ich aber auch noch nicht chat lee the one so ein geiler film ist so ein bild so ein material arts mit science fiction gemischt richtig geiler film den auch schon lange nicht mehr gesehen aber ist auf jeden fall als chat lee fan ist das auf jeden fall definitiv noch mal ein chat lee film gut als habe ich die zwei gar nicht gescannt habe ich die zwei gar nicht gescannt weil ich zu viel laber weil ich zu viel laber gescannt und gescannt nochmal einen chat lee film den gibt es auch ich glaube auch im media book auf jeden fall ziemlich verstaubt auch ein richtig geiler martial arts in der einen minuten längere als die deutsche kinofassung kiss of the dragon auch richtig geile martial arts action so auf modern ich muss meinen fern sich immer ausmachen spiegelt immer so ja jetzt kommen wir hier zu den laser paradise das waren doch mehrere laser paradise dinger oder mit den so double features kommen da auf jeden fall die muss ich so scannen denke ich aber die habe ich glaube alle schon auf die dvd eaten alive sind so ein doppelfeature blatt und red edition sind es make them die slowly make them die slowly ist doch wie ist der deutsche titel nochmal ich weiß es nicht mehr umberto lenzis make them die slowly auf jeden fall sind die auch die editions drin hier so mache ich extra weil die haben kein barcode zum scannen und dann hier sieht die of the living dead luci fuji und hier auch noch dead alive dead alive aka braindead und hier hat es noch ein kleines booklet mit drin von braindead ja ein paar seiten aber auch nice nice to have bei den laser paradise dinger da weissen oder weiß man heute nicht so genau ob das legale veröffentlichungen sind und hier haben wir angel of the night die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen kann mich da nicht mehr daran erinnern und zombie dawn of the dead auch hier die zwei paradise ja da sind oben wo noch andere dinge denke ich genau 12 machen wir gleich predator 1 die erst auflage dvd und predator 2 geile filme muss ja nichts nicht viel dazu sagen auch hier noch programm heftchen drin und guckt euch mal die innerprinz an was früher möglich war wo man noch kein wende cover brauchte ja wir haben uns alles kaputt gemacht habe ich schon habe ich schon auf ok sogar muss ich hier schnell scannen ok was habe ich jetzt da muss ich eins noch geben ich zwei mal zwei ist gerne so dann habe ich aber ja oh ein film den es auch noch nicht auf blu-ray gibt den es noch nicht auf blu-ray gibt Resurrectionman ein kleiner geheimtipp hat eine SPIOJK freigabe hinten drauf man sieht es aber er ist nicht so brutal einfach die thematik ist halt ein bisschen heikel der film spielt in irland protestanten machen jagd auf katholiken und ja allein schon die thematik ist so ein bisschen heikel dass der wahrscheinlich auch die SPIOJK freigabe gekriegt hat heutzutage wird es auf jeden fall ein 16er kandidat meiner meinung nach aber früher war es schon ein bisschen heikel protestanten killen oder stellen katholiken nach und und verprügeln die so und ja da muss ich mal und den habe ich noch nicht gescannt ge ja gescannt und jetzt ein film da warte ich jetzt schon seit 88 films hat ihn glaube ich rausgebracht im UK oder war es Arrow Video auf jeden fall warte ich da auf eine deutsche VÖ und warum kreilt sich da niemand die Lizenz ein geiler Slasher Kolobos warum gibt es den noch nicht auf Blu-Ray da würde ich auch sofort das Mediabook greifen Red Edition die Red Edition muss man auch sagen waren immer scheiß Qualität das war meistens oder irgendein Upscale von VHS auf DVD aber man kam nicht anders an die Filme ran außer man hat auf die VHS zugegriffen auf DVD nur über sowas hier doch auch ein cooler Film ähm n o o n n ein n 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 und zwar score hat das ist so ein mischmasch aus verschiedenen filmen da wird da wird gnadenlos aus romans aus tarantino film geklaut und zum gleichen ding gleiche szene mit den glitzegleichen zitaten und so aber der macht spaß er ist blutig score den gibt es auch noch nicht auf blu ray leider da gibt es auch ein zweiter teil der müsste hier auch irgendwo sein ich sehe hier schon was richtig kann ich es ja und hier haben auch noch mal eine eastern edition hunting list kann ich nicht wieder zu sagen ist irgendwie aus meinem gedächtnis verschwunden aber ich habe den do lala im im hinterkopf das habe ich schon wieder nicht gescannt da ist auch gar kein barcode aber warum ist da kein barcode drauf hier ist aber einer aber den will er nicht und hier auch ein film die dvd ist aber verträgt sogar mit schau yun fad the return of the god of gamblers hard game is an edition den gibt es glaube ich auch noch nicht auf blu ray wie so viel ich weiß kann ich mich auch noch kaum erinnern das sind dvds ich weiß auch gar nicht ob der uncut ist barcode wird wahrscheinlich hier auch nicht funktionieren oder ich glaube ich auch noch nicht auf dvd auf blu ray und hier kommt ein peter jackson film miede fiebels einfach zu geil gibt es auch noch nicht auf blu ray offiziell richtig geil muppet show auf total abgedreht auf total blutig mit einem kokain abhängigen hasen und what the fuck das ist einfach nicht jedermanns humor aber ich finde ihn richtig geil ich habe jeden fall auch in die kiste hier rein ein film den habe ich sogar mehrfach in der sammlung und ich einfach nicht diese dvd hergeben konnte weil es geht um meinen absoluten lieblingsfilm hier scarface von al pacino in einer schwedischen auflage damals auf dvd sehr schwer zu kriegen er war überaus verkaufen und durch die indizierung konnte man den bloß in apothek videotheken bekommen und das war richtig kacke und irgendwann habe ich in der videothek diese hier gefunden und ich war so stolz dass ich den film jetzt endlich in meiner sammlung hatte später habe ich mir diese limited edition box geholt die erstauflage mit der gold klammer drin aber der das hat wirklich emotionalen werden habe ich auch so ein kleines und kleinen tag was ich meine schule gezeichnet habe so werden unterricht mit reingelegt weil ich fand es irgendwie cool ten elegance also ein bisschen früher habe ich so ein bisschen rumgetackt ein bisschen gezeichnet auf jeden fall die dvd ist auch noch gut aber wie gesagt ich habe den auf nochmal in der special edition auf dvd ich habe jeden auf blu ray ich habe ihn in 4k da ich habe ihn aber die hat einfach emotionalen wert ich war so damals auf der suche nach dem scheiß film verdammt den brauche ich nicht scannen den kann ich zu dem lasse ich schon ab aber den gebe ich aber nicht her so jetzt kommen wir zu einer richtig coolen edition wo ich es einfach zu schade fand den auszupacken bucharest fleisch in so einer tk verpackung eingeschweißt wie so ein fleischstückchen einfach nur zu geil den film habe ich damals im free tv mal gesehen in einem thriller kann ich mich auch kaum erinnern geht es auf jeden fall um eine die in bukarest unterwegs ist und irgendwas recherchiert oder so auf jeden fall eine richtig coole edition definitiv da ist die edition wahrscheinlich auch cooler als der film an sich den gibt es auch schon auf blu ray glaube ich aber den habe ich noch nicht auf blu ray auch ein ziemlich cooler film the 50 first date mit samuel jackson gibt schon auf blu ray habe ich aber noch nicht wesley snipes unstoppable weiß nicht gibt es den ich glaube den gibt es auf blu ray aber den habe ich auf jeden fall auch noch nicht auf blu ray so ein direct to dvd titel ist das oh das ist natürlich 3 ja abbetter tomorrow von laser paradise das schöne digi pack mit so silber folien prägung ist auch hier so ist es ist ein digi pack was ich vergessen habe zu zeigen in meiner meine sammlung overview reihe kommt bestimmt demnächst nach gibt es auch noch kein offizielles release und bootleg kommt mir nicht ins haus so lang bleibt das digi pack ist auch ein kleines bootleg mit dabei ja ist auch ein bisschen gut gut aufgemacht ein film den gibt es auch noch nicht auf blu ray die resident zombie junk nette splatter effekte hier in der special unpacked edition dürfte ein best entertainment release sein ja so als bohrhound hat man sich das damals zugelegen und hier kommen wir zu einem release den habe ich auch schon auf blu ray und da werde ich auch die bonus material vergleichen aber ich denke mal da ist nicht viel anders jason x hat damals ziemlich fett laune gemacht so das war einer der blutigsten jason filme sehr trashig sehr sehr trashig aber ich mag den film jason im weltraum science fiction ist mal was anderes ja nee hab ich schon und kontrollieren so und jetzt mal zu ah westgraven zu dem guten alten westgraven aus der vergessenen auch schon lange nicht mehr gesehen gibt es glaube ich auch schon auf blu ray und auch im media book habe ich aber noch nicht auf blu ray geupgradet den kommt der in die kiste da unten rein noch nicht oh my god jetzt kommen so meine meine schandfilme ein meisterwerk von andreas schnaß anthrophophagus 2000 amateur scheiß man muss da wirklich einen sehr 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 großen febel für amateurstuff haben um den überhaupt durchzuhalten ich weiß nicht ob ich den damals durchgehalten habe aber amateur wald und wiesensblätter anthrophophagus man eater im endeffekt gibt es auch noch nicht auf blu ray aber ist glaube ich ein film den man nicht auf blu ray braucht ah ich habe auch nochmal so einen amateur streifen bloody revenge in der uncut version wollen MIB oder der best entertaine unternehmen maverick entertainment ja ein rap in revenge streifen wo sie glaube ich als geist wieder kommt oder so oder irgendwie aber auch ziemlich billig gemacht und bisschen splatterig aber nicht der rede wert nicht der rede wert lohnt sich nicht anzugucken definitiv nicht und hier haben wir das nächste double feature habe ich das eigentlich ein adi hingeliebt war nicht kennen kann hier einmal kennende holocaust dürfte jeder kennen der skandalfilm schlechthin und bayern von lucio fulchi bayern ist ja im jenseits keine ahnung hierher und hier kommt an takashimike film einer meiner lieblings takashimike filme dido hier in der uncut version der new generation auch total abgedrehte takashimike kennt weiß abgedreht ist die strong uncut version vom label keine ahnung moasia oh ich glaube ich habe jetzt ein bootleg in die hand gehalten die haben das bootlegs gehabt oder moasia weiß es nicht ist auf jeden fall gepresst früher hattet man auch nicht die kommunikationswege wie heute wo man einfach nachgucken konnte ist der film der auch wo ist die dvd hin da fehlt die dvd social outcast pariah kam in deutschland auch nur geschnitten raus ist hier die uk scheibe musste ich einfach haben ist ein ein skinhead film ich mal hier rein den gibt es glaube ich ich weiß es gar nicht charakter mark walberg und jett lee als ja das ist der film glaube ich mit der längsten auto verfolgung sagt die ich glaube ich gesehen habe auch im action film fand ich damals auch richtig gut unterhaltsam ja kann man sich auch durchaus geben weiß nicht gibt es den auf blu ray schreibt es doch in die kommentare wenn ich das falsch mache aber ich tue den auf jeden fall dahin gibt es doch nicht auf blu ray den gibt es 100 pro auf blu ray tilschweiger rache der war gar nicht mal so schlecht ja war damals günstig habe ich für paar euro hinterher geschmissen bekommen gibt es den auf den gibt es bestimmt auf blu ray den gibt es auf jeden fall nicht auf blu ray oder auf jeden bach spiel der limit und der antrat natürlich in der antrat olaf ittenbach gibt immer ist außerdem einer der besten olaf ittenbach filmen wie ich bin auch kein barcode und jetzt kommen wir hier zu einem release auf englisch mit deutschen untertiteln wo ich gar nicht so weiß um was es dann nochmal ging auch mit einem kleinen booklets auf jeden fall auch so geht auch in eher so experimental habe ich in erinnerung hier scrapbook ich glaube auch so ein ziemlich seltenes release das sieht man auch nicht so oft scrapbook von dragon damals released worden hat auch kein pot drauf wird nachher manuell eingegeben kann ich mich kaum daran erinnern aber an die kann ich mich auch nicht daran erinnern aber einen schönen schuber von cineclub auch in hong kong kong streifen run and kill habe ich auch ziemlich gut in erinnerung man muss halt auf hong kong action oder hong kong zikos stehen mit dem overacting das ist auch noch ein bonusfilm dabei der intruder der war auch nicht schlecht war auch sehr selten denke ich sieht man auch nicht so oft run and kill hat es da mal nicht geheißen dass der mal auf die media book kommt und ich warte immer noch auf jetzt eine ist doch eine dinge produktion oder eine asylum produktion dead man walking in der uncut version kam in deutschland auch geschnitten raus und über österreich dann die uncut dead man walking von mib nicht zweit bewegendes paar splatterige szenen drin aber sonst auch eher ein zu verachtender film den man nicht unbedingt sehen muss und es kommt auch ein richtig geiler film der wirklich auch von tarantino hätte sein können von den dialogen her und so ein richtig crazy ist die film the long lunch auf jeden fall ein geheimtipp genialer film da geht es um so ein restaurant und so mit einer herberge oder so weiß es gar nicht mehr wo halt so paar handlungsstränge aufeinandertreffen in diesem haus und so kommt nach und nach alles so in den gang in die gänge auf jeden fall gibt es den glaube ich auch noch nicht auf blu ray auch einen kandidaten für blu ray habe ich ihn gescannt für blu ray habe ich ihn gescannt nope nicht gescannt dann ist er irgendwie gescannt jetzt einen film den gibt es schon auf blu ray kam aber von inked pictures im media book glaube ich und eine blu ray kps gibt es auch ist auch ein richtig geiler film perdida durango ein richtig geiler road movie ich glaube auch dass borderland sich da viel inspiriert lassen hat von dem film hier da geht es um so ein gangster pärchen die nach mexiko gehen und er ist so ein wie nennt man das so ein priester so ein satansanbeter und die sind total durchgeknallt und bringen die leute um und machen menschen opfer und so auf jeden fall der kommt auf jeden fall noch von wicked vision m 4k media book freue ich mich schon drauf was wicked vision uns da an bonusmaterial beschert ich hoffe die haben da auch folgt weil ich denke bei dem film da ist es eher schlechter an bonusmaterial zu kommen und jetzt kommen wir auch zu einer sehr seltenen dvd wo auch schon im wert gestiegen ist wo es auch noch nicht im auf blu ray gibt und zwar body count ein lächer ein übernatürliches lächer denke ich mit geilen 80er jahre bei regie regie das wäre doch was für firme for live hoffe ich auch dass da mal ein nur wie es folgt auch ziemlich gut und jetzt kommen wir zu einem da die agent die auch wohl in mitleidenschaft gezogen auch mit einem bootlektur zu einer dario agendos serie dario agendos hat eine kleine miniserie gehabt door into darkness tv serie von dario agendos produziert und er hat glaube ich bei einer auch eine regie geführt geht in die cialo richtung italienisch mit deutschen untertiteln auch sehr selten die habe ich glaube ich nirgends gesehen so auch die dragon dvd sowas findet man auch sehr sehr selten aber da ist auch wieder kein paar barcode drauf muss ich nachher eingeben beim film habe ich das media book mit allen teilen ein mann sie droht revenge streifen charles bronson dürfte jeder kennen wer nicht kennt charles bronson seine frau wird gewaltigt getötet er geht dann auf die jagd nach dem mörder ist hier auch noch das alte ungeprüfte release ist er jetzt glaube ich auch frei ab 16 glaube ich früher war er indiziert auch mal gescannt und kommt in die ecke hier habe ich schon und wird nachher noch geprüft naja wer mich auch noch kaum daran erinnern da wurde halt das ist doch mit mit simon yam glaube ich glaube der wurde hier bloß so vermarktet weil a better tomorrow damals so ein erfolg war hier return to a a better tomorrow hat aber nichts mit den film zu tun kann ich mich auch noch kaum dran erinnern muss auch mal gesichtet werden wieder auch nicht auf blu ray special und cut edition natürlich ja kommt auch hier in diese kiste rein und hier ein film der war eigentlich ziemlich funny auch ein sbbojk titel nude dogs hood of horror auch so trashig als rap fan musste man das einfach sich damals gönnen ist auch ziemlich blutig auch die uncut und früher ist die sb ist die sbo zur tiberius gegangen tiberius zur juristenkommission noch gegangen und hat die filme dann uncut gebracht heute wird es auf nameless abgeschoben hood of horror ja ziemlich funny movie habe ich ziemlich funny habe ich den in erinnerung und jetzt kommen wir zu einem film den gibt es inzwischen the ghouls the ghouls cannibal dead und welchen rechercher ist das nochmal auch splatter um handlung darsteller alles rotz splatter effekte gehen einigermaßen klar ist hier die uk entertainment uk version ja ja und hier eine die habe ich auch noch nicht hergegeben muss ich auch mal vergleichen das bonus material auch auf der blue red drauf ist aber das glaube ich nicht hier frontiers in der special edition im schuber mit einer bonus disk dabei von illusions damals ja jeden fall habe ich gehen auf jeden fall habe ich den schon aber wird geprüft ob der bonus material und so weiter aber da weiß ich doch das ja ja fangen mit dem an high tension in der uncut braucht man auch nicht dazu sagen kommt die 4k im media book raus habe ich auch das media book noch da fang eigentlich auch in die kiste hier rein ja freue ich mich schon auf die 4k ist pro bestellt habe auch das media book die erste auflage von nsm bleibt aber auch in der sammlung und hier habe ich noch die special edition die fsk 18 vision ich habe mit den ersten war damals ein blind kauf und dann wo ich draußen auf auf die wege geguckt habe habe gesehen alles geschnitten und dann kann irgendwann die anker habe ich mir die anker zu gelegen der schuber ist richtig schön ist hier auch mit silber prägung die klinge und das blut ins potlack fünf titel oben ist schön rausgeprägt kann man das erkennen weiß nicht ja sehr schöne edition auch so ein kleines digipack drin auch hier noch inhaltsinnsbums und auch mit einer bonus disc dabei da muss ich auch prüfen ob die beim bei den media books dabei sind aber ich denke mal dass sich da play und pictures da auch nicht lumpen lässt die brauche ich eigentlich nicht die habe ich jetzt so in der sammlung so ich glaube wie viele minuten haben wir schon über eine halbe stunde 40 minuten schon ich habe hier noch soll ich einen cut machen oder soll ich schneller machen oder ich mache jetzt durch hier auch ein seltener film murder set pieces richtig kranker film da geht es um einen der einfachstauer mädels präsentierte umbringen hat nebenher noch eine freundin am start die hat eine tochter und alles eskaliert und ziemlich heftiger film ist aber eher amateur mäßig gemacht die synchro ist total scheiße und da wird auch sehr hoch gehandelt das metal pack hier ist aber ja ist eher was für die gohounds auf jeden fall bleibt ja und jetzt kommen wir zu was richtig spaßigem batman batman fans blätter der geht los 20 minuten da geht es darum eine gruppe jugendlicher krimineller jugendlicher spaßelnd so rum und sagt ja wenn du dreimal batman sagst dann kommt der batman und batman ist einfach so ein killer wo es so eine einkaufstüte über dem kopf hat mit so zwei löchern reingeschnitten und da sagt dann einer dreimal batman und dann kommt der batman und schlachtet alle ab und fertig ist so ähnlich wie stapelfahrer klaus fist of jesus oder so einfach so ein fun splitter der macht auf jeden fall richtig laune wer ihn nicht kennt holt euch den wenn ihr den günstig kriegt ich weiß nicht ja ist auf jeden fall ein richtig geiler ich habe ich den schon auf blu-ray ich weiß es nicht john boost bullet in the head geiles action kriegs drama movie wo die wo die kumpel so wie dramatisiert sind und ja einer dreht durch ja geiler film john wo hier auch keine jugend beigabe ist warte nicht sb ojp und das ist geschnittene oder habe ich den zweimal ja mal gucken auf jeden fall und gibt es noch nicht auf blu-ray kann ich mich auch gar nicht erinnern aber der hat einen schönen in print wie ich sehe und mal den in print an das sieht doch hübsch aus jones bos headhunters keine ahnung woher ich den habe den habe ich glaube ich von irgendjemandem mal geschenkt bekommen keine ahnung ob es gehen vernebrows auch zu dem auf ich tu ihn mal hier rein nee ja die rein death rally die mtv serie damals habe ich auch kaum daran erinnern da geht es drum da sind zombies überall und die leute leben so mit den zombies und da gibt es eine polizeinheit die die säubert so ja da ich mich auch noch kaum daran erinnern und hier haben wir gonin 2 ich glaube auch ein takashinike film oder ist god in 1 von takashinike ja auch ein crazy japan streifen gibt gar nicht drauf auch einen racken release wo auch kein doch da ist diesmal ein barcode ja gonin 2 auch crazy yakuza streifen gibt es auch noch nicht auf leider und hier das würde ich nicht alles noch nicht weg ich zeige es euch kurz noob dogs doggy style das ist doch hat ja so ein porno gedreht dann sein porno regie geführt und das ist sozusagen die soft version davon weil die hart vorsehen nicht drin sind was sind da die hardcore szenen drin ich glaube nicht das ist fsk 18 ja das kommt weg so ein rotz aber der kann auf jeden fall weg eine pc action dvd mr legends die trilogie hier für videos und weite dateninhalte der bitte die dvd wenden ok das ist so eine doppel dvd habe ich im mediabook oder mr legends habe ich auch ja kam ja von der beste amerikanische ghettofilm den es gibt menace to society wenn ihr den nicht kennt und auf ghettofilmen steht guckt euch den rein zieht euch den rein der ist so geil der ist so geil mit tyree und oh dog und einfach nur hammer gibt es auch auf den börsen ein diverses bootleg auf blu ray da fehlt auch die dvd wer weiß vielleicht habe ich das bootleg oder habe ich es nicht ich glaube ich auch schon auf blu ray balling point mit wesley snipes auch eher so seiner besseren von den mittelmäßigeren filmen dennis hopper spielt auch mit durch mal hierhin mit zu dem gibt schon auf blu ray und habe ich noch nicht warum habe ich die hier jetzt nicht gescannt warum nicht hier einmal und hier einmal warum habe ich a better tomorrow hier runtergetan den gibt es noch gar nicht auf blu ray auch bitte ja auch ein film sieht man hier selten ein horror film horror slasher watchers habe ich auch gut in erinnerung ist auch ein 80er jahre streifen denke ich watchers und dinorette dvd auch noch nicht auf blu ray zombiewarrior mal ein bisschen schneller zombiewarrior ein kurzfilm sehr splatterig mit einem kleinen twist auch uncut hier maximum uncut production mit deutscher amateurproduktion wo eigentlich ganz ganz solide ist muss ich sagen friedhof der zombies kommt jetzt auch im mediabook raus ich weiß nicht das ist jetzt die cut version glaube ich ist laser paradise ist aber die cut version ja die cut version dürfte das sein fand ich jetzt nicht so weltbewegend die qualität ist auch schlechte vrs qualität muss man sagen den habe ich hier nur auf blu ray auf dvd the hills have eyes auch so leer darf ich auch die dvd die ganzen dvds hin ne ich habe den glaube ich auf blu ray und den zweiten teil habe ich nur auf dvd und ich glaube ich habe mal einen blu ray player verkauft das aber schon 15 jahre her oder 20 jahre und habe ich vergessen den film rauszunehmen ich glaube daran liegt es keine ich habe den glaubt auf blu ray da wesley snipes in passagier 57 gibt es auf blu ray aber habe ich nicht auf blu ray und hier da ist sie drin die uncut version kommt the hills have eyes 2 gibt es auch auf blu ray habe ich aber nicht auf blu ray die mediabooks von den the hills have eyes die gehen ja über 100 euro weg nico masturakis island of death trash hoch 10 man muss schon auch so ein hardcore trash fan sein um dem was abzugewinnen gibt es auch schon auf blu ray denke ich aber auch nicht im aber habe ich auch noch nicht in der sammlung hier ein double feature gibt es nicht auf blu ray soviel ich weiß bloody murder teil 1 und 2 teil 1 ein ganz soliter slasher teil 2 glaube ich auch so der 1 ist ab 16 der zweite teil legt an brutalität noch ein bisschen eine schippe drauf ist ab 18 kann man sich ganz gut angucken hier bei 1 und 2 sieht man auch nicht so oft die dvd hier hier ein film den habe ich auch meine lieblingsfilme ah stauballergie von den staubigen die war die ist vom dustill down braucht man auch nicht wieder zu sagen kommt hier oben in die kiste rein wo ich auch nicht scannen den gibt es glaube ich auch noch nicht im toby hopper film unspeakable ist so ein mystic thriller und so rein science fiction hier geht es um eine oder einer der verwechselt sehen kann oder so verwechsel ich da wieder was auf jeden fall hier mIP die uncut version gibt es auch noch nicht auf blu ray denke ich der ist glaube ich uncut der zweite teil war glaube ich nicht uncut hier rest stop auch ein ganz geiler backwood horror und in der jk freigabe in der spio praktisch unbedenklich den gibt es auf blu ray glaube ich aber habe ich nicht auf blu ray den habe ich nicht so gut in erinnerung massaker in klasse 13 so ein schul horror film abklatsch habe ich nicht so gut in erinnerung da war ich auch auf meinem go trip und da hat einfach auch die go gefehlt in dem film nochmal ein wesley snipes hartluck keine ahnung ob es den auf blu ray gibt oder nicht ich stecke ihn mal auf blu ray und habe ich noch nicht rein rush hour in der sft sft war das so ein männer magazin oder viele filmtechnik ja ein technik magazin rush hour sft die version da ist sogar komplettes pc spiel view ready 3 für ein pc drauf view rally war auch geil jedenfalls habe ich auf blu ray hierher die gibt es auch auf blu ray cooper gothic junior clifton collins junior turkey ist so wie heißt das so so ein cop thriller action ding so ein abklatsch von wie heißt der Colin Farrell ich wähle es jetzt gerade nicht ein auf jeden fall den gibt es bestimmt auch schon den gibt es auf jeden fall glaube ich auch nicht in dem directors cut kitamura's asumi geiler samurai movie asumi wird extra ausgebildet um den könig zu beschützen und so und das land zu befreien und richtig geiler film gibt auch den zweiten teil aber der zweite teil ist jetzt nicht so der burner richtig geiler richtig geiler japan movie man eater in dem steelbook reicht mir auch vollkommen mit zwei discs und einem einigermaßen dicken booklet ich finde reicht mir das release das sind auch schöne aushang fotos drin richtig schön große aushang fotos das ist genau mein shit ich glaube ich muss aushang fotos sammeln die cinema 80 film review sammelt ja auf jeden fall ein film der einfach mehr gehypt wird als er drauf hat ja hier die joma splatterbox mit dem lanty hier da ist drin rabbit grannys blood sucking freaks und redneck zombies ah ist ein star metal pack glaube ich schon ziemlich schwer und massiv das ding rabbit granny ist die alternate version und die classic version sogar dabei hier die discs nur auch ein nettes letterbox troma filme zwar nicht tromas beste aber es geht vollkommen in ordnung und hier ein film der ist auch ziemlich rar in der version Olaf Ickenbachs der legend of the dead wurde auch viel von von dusty dawn kopiert auch einer seiner besseren filme ja hostel im spiojk uncut steerbook kann aber jetzt auch in die kiste hier geprüft ist das gut oder nicht eine disk da habe ich ein bugle dabei wenn ich die hergebe dann tue ich das bugle immer raus und muss dann mit ins media book rein auf jeden Fall habe ich schon jetzt hier cube zero in dem schönen geprägten hier habe ich auch für eine probine das release und auch die rein craig 1 habe ich auch im media book hier in dem lenti hat aber zu viel sonne abgekriegt hat so ein paar flecken drauf sehr schickes mit metal pack aber limitierte zwei disk edition die bleibt auf jeden fall in der sammlung und hier fuck you die bonus disk und hier habe ich damals wo der extended cut raus gekommen ist die mra vom extended cut die die disk die rein also ist der extended cut drin auf jeden fall es bleibt auf jeden fall in der sammlung wegen der bonus disk die wurde mir glaube ich irgendwann mal geklaut die disk auch ein geiler film mit michael madsen beilegen der spielt noch mit ja auch so ein wirrer streifen film mit kurioser geschichte bloody highway auch so ein splatter film habe ich erst zehn jahre danach erfahren das soll eigentlich die uncut sein die soll eigentlich ungeprüft sein aber die spi ojk fassung in deutschland ist geschnitten und da ist aus Versehen die spi ojk fassung reingekommen obwohl das hier ein ungeprüftes release ist und sollte die uncut version beinhalten was hier oben steht mir ist keine ahnung ob ich ich habe damals gesehen fand den blutig aber nicht so blutig und nach zehn jahren habe ich gesehen spi ojk gipfel aber keine ahnung ob man den noch umtauschen kann habe ich gar nicht gescannt habe ich gescannt legen ihn da habe ich nicht gescannt hier wieder einmal release the beast of braille road werwolf streifen kann ich mich auch noch kaum daran erinnern auch eher belanglos denke ich teacher the highway killer dürfte auch jeder kennen und auch die kiste hier habe ich auch media books und auch damer kann ich mich auch kaum daran erinnern ich denke mir auch ganz gute verfügung wie heißt der schauspieler hier auf jeden fall ja damer gibt es den auf dark walker auch so ein slasher auch in so einer geisterbahn oder so einem parkspiel auch trashig amateurhaft aber auch gutes blätter drin kann ich mich auch kaum daran erinnern die meisten filme hier die habe ich das letzte mal vor 15-20 jahren gesehen und ja dann kann ich auch so reinstellen aber wenn die nachher noch zu na egal ja weiter mit multiscanning ok die special edition born a plain dead ist hier auch schön geprägt das blutzeug und der schriftzug plane dead auch ein mip release ist da drin die zwei disk edition glaube ich ja habe ich aber auch das media book jo ah halloween resurrection ah aber h20 oder halloween resurrection kam mit raus weiß es gar nicht auf blu-ray neue auflage auf jeden fall 3 disk edition auch mit einem booklet dabei auf jeden fall hier gibt es auf blu-ray habe ich nicht halloween 5 ich glaube die geschnittene hatte ich mal in einem mystery paket drin aber keine ahnung halloween 4 mache ich auch bloß auf blu-ray kann man auch nicht scannen muss ich nachher manuell eingehen i hate it ted bundy kann ich mich auch kaum daran erinnern mach jetzt ein bisschen schneller damit mein akku ist auch gleich leer damit ich hier fertig werde ted bundy gibt es bestimmt auch auf blu-ray aber habe ich nicht noch nicht hier ist der erste teil von gonen gonen der eastern edition auch indiziert auch ein richtig crazy film richtig crazy film bullets blood and a fistful of cash auch eher amateurhaft synchro scheiße aber gut blutig vor allem der shootout zum schloss richtig fett blutig aber sonst außer der brutalität hat er nicht so viele schauwerte ich glaube auch noch nicht auf blu-ray und hier kommt meine takashi miike box mit blues harf full metal jack usa und salakiaman kitaro full metal jack usa gibt es nur hier einfach drin ah ja takashi miike box nochmal hier rein hardboiled der fehlt auch noch im mediabook hardboiled das sticky pack von laser paradise sehr schick hier hardboiled 1 und 2 hardboiled einer der besten hongkong action firme die gedreht wurden einfach nur der oberhammer aber auch noch nicht offiziell aber ich glaube man kackt gleich ab noch horror film hongkong horror film auf dem kitty body 3 glaube ich devil 666 eastern edition ah kann ich mich auch nicht daran erinnern ja und hier kommt ein zweiter teil von the score aber kann ich mich auch kaum daran erinnern muss ich auch alles noch sichten wir kommen langsam dem ende entgegen aber es sind nicht mal 200 dvds was ich hier noch habe hätte ich nicht gedacht dass das so wenig sind sieht da irgendwie mehr aus full eclipse auch ein werwolf streifen den fand ich damals auch ziemlich cool ist hier die limited edition keine ahnung was da limited edition sein soll ich glaube ah das ist die ungeprüfte version gibt glaube ich auch eine cut version deswegen auch nicht auf blu-ray aber den gibt es auch auf blu-ray oder bull time killer auch ein geiler 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 serien killer film ich glaube ein japanischer oder ein film von johnny toja ne hongkong auch geil auch geil auch schon lange nicht mehr gesehen gibt es aber auch glaub schon die blu-ray ne six cents audio video bild dvd hm du musst es hören von phantom commander the base 2 das todestribunal ist doch mit äh brezko wie heißt er mit vornamen mit da gar nicht drauf die stars antonio sabato junior james reymour duan davis der erste teil war glaube ich mit mit dacascos der erste teil war mit dacascos der zweite teil glaube nicht ich glaube ich auch so mit so glanzeffekt hm hab ich ah guck mal da ist sogar noch die rechnung drin world of video dvd the base 2 hat mich gekostet 4,99€ neuware sogar damals in der videothek mitgenommen hm hab ich den gescammt nope jetzt ist es gescammt bestell gibt es auch noch nicht out of time auch so ein computerbild dvd dvd mal hier hin muss ich nachher ah genau hier nochmal run and kill ist aber die cut version mit der sbiojk da sieht man auch im jahr auch eine legende hier einen marketing film death game den gibt es den auf blu ray oder nicht ja klar krekel der hat den bestimmt der hat bestimmt die dvd auf 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 blu ray gepresst den gibt es auf jeden fall auch mörderischer tausch auch ein geiles thriller sorry dass ich jetzt weniger über die filme rede aber ich will hier schnell durch machen damit mein akku noch hält ist passt leer und wir sind auch schon bei über einer stunde wird ein langes video mörderischer tausch wie heißt der auf jeden fall auch auch auf blu ray schon und jetzt kommen wir zu den letzten hier defender der schutzengel deutsche blu ray in der fsk 18 ist aber um ein paar sekunden geschnitten und hier haben wir die ah hier haben wir so ah jetzt hat nicht mein akku abgekackt sondern meine speicherkarte war voll das heißt andere akku rein speicherkarte raus geleert auf jeden fall der war geschnitten hier ist glaube ich die uk weil da ist ein r-rated drauf und ja beer the guardian defender der schutzengel cut uncut und jetzt gibt es auch noch nicht auf blu ray und jetzt kommen wir zur legend ist diese schöne special edition halloween der director's cut glaube ich ja der director's cut hier dvd den habe ich auch bloß in der box hier eine ganz schöne box 3d limited edition und das war es jetzt mit meinen dvd ist ein ziemlich langes video jetzt geworden die dinger hier muss ich noch einscannen das sind 1 2 3 d 4 10 ich glaube die habe ich noch nicht gescann ich habe bestimmt irgendwelche filme vergessen hier oben und hier unten nochmal da habe ich die base gescannt ja sie haben diesen titel bereits gescannt auf jeden fall jetzt sind meine filme drin waren jetzt 80 stück die ich gescannt habe plus die anderen hier unter 100 stück ich habe gedacht zum gefühl her ich hätte da 200 ich werde jetzt alle hinzufügen und jetzt ist meine sammlung jetzt voll komplett in meiner my movies app ja war jetzt ein langes video ich hoffe ich habe euch nicht zu arg gelangweilt ich habe auch versucht immer etwas zu den filmen zu sagen zum schluss war es ein bisschen knapp ich werde euch ja nicht überstrapazieren vielleicht cutte ich das noch oder so ich weiß es noch nicht ob ich mir die zeit nehmen kann neben meinem anderen hobby gerade also seht ihr im monatsupdate dann wünsche ich euch noch ne bevor wir schluss machen schreibt in die kommentare welche movies habt ihr dann auch welche habt ihr dann auch blu-ray und ja ein paar schätzchen sind ja schon dabei dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen tag guckt gerne filme guckt viele filme ciao ciao